Warnung! In diesem Video kommen wahrscheinlich echte tote Menschen vor. Deswegen überlegt genau, ob ihr dieses schauen wollt. Ansonsten schaut ihr in der Videobeschreibung, da seht ihr, wenn der Vorspann zu Ende ist. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Sonntagsvideo. Vielleicht gibt es jetzt mal das Spiel. Es hat gespielt am 7. April 2015 mit 27 Minuten Spielzeit. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt auf und zu kommt. Und wir scrollen hier mal ein bisschen rum. Wir gucken uns mal das erste Bild an. Gut, das habe ich wahrscheinlich verpixelt. Weiß ich nicht. 2015. Kleine Bratpfad. Achso, nee. 2017. Das habe ich nochmal hochgescrollt. Das muss ich nochmal verpixeln. Ich hoffe, das vergesse ich nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendein komisches Zeichen ist, was man nicht... Was nicht gut ist. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Äh. Okay, der hat Mülleimer auf den Kopf. Sie. Scusi. Nice hat. Wann sind denn die Bildchen hier eigentlich so? 2005. Ach, verdammt. Wird wahrscheinlich das, ich glaube, schon das fünfte Bild sein. Nico Bellic, hey! Oi. Okay, die Ansicht, so sagt mir auch nichts. Ich habe jetzt schon die ganzen Spiele, die es nicht mehr gibt, entfernt. Ich werde googeln. Okay. Hier unten kommt jetzt nur sowas. Was bedeutet, das werde ich jetzt natürlich nicht weiter zeigen. Äh. Ja. Und den Rest des Downloads werde ich jetzt mal überspringen. Und? Es ist vollendet. Ich hoffe, ich habe nicht zu früh gestartet. Nein. Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal in The Forgotten Ones rein. Falls es das Spiel noch gibt. Laut. Ui. So, so. Ach so, ja, okay, das ist das Zeichen. Also habe ich nichts verpixelt. Gut zu wissen. Ich dachte, das wäre irgendein anderes Zeichen. Es war während der Weltwahrer II. Please, was? Ich verpixel gerade alles. Nur, dass ihr Bescheid wisst, weil das hier ist jetzt ein bisschen, ja, ich weiß ja, ob das echt ist, deswegen verpixel ich das. Wie gesagt, das verpixel ich. Wie gesagt, das verpixel ich, weiß nicht, ich weiß, ob es echt ist oder Computerfotos, was, was ich was, aber es sieht leider ziemlich krank. Das weiß ich nicht, ob ich das verpixelte, also mach ich spontan. Ich weiß nicht, ob ich euch das, Alter, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich euch das, Alter, weiß ich nicht. Das ist tatsächlich irgendein Hakenkreuz. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das hier wirklich spielen soll. Ich mach mir wenigstens... Oh, dort, 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 okay. Ähm, ja, ich... Verdammt, ich weiß nicht, ob ich das ja euch echt jetzt... Das ist, weiß ich nicht. Das ist ja krank. Ach, du Scheiße. Ich, wie gesagt, also... Ich werde wahrscheinlich hier sehr viel verpixeln. Ich werde googeln oder bei YouTube gucken, ob es hiervon schon ein Video gibt. Wenn ja, von Deutschen, dann will ich da vielleicht nochmal ein Auge zudrücken. Dennoch habe ich einiges verpixelt. Äh, wenn ihr Interesse an dem Originalvideo habt, also unverpixelt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde das dann als nicht gelistet, beziehungsweise dann unter diesem Video in die Beschreibung packen. Äh, dass ihr da raufdrücken könnt, um das dann... ...unzensiert zu sehen. Warte mal, Moment. Ist auf jeden Fall scheinbar echt... ...deutsches Spiel. Ja, doch. Ist tatsächlich deutsch. Okay. Finde ich cool. Aber nicht für immer. Was, 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 was? Ist es für jetzt? Das Spiel ist komplett auf... Selbst die Musik ist auf Deutsch. Ich muss meine Brüche holen. Äh. Keine Ahnung. Sag, wo du die hast. Die Tasse ist kaputt. Ich bin nicht zugegeben. Oh mein Gott. Ja, dann sag doch mal, wo das ist. Und hier... Oh. Eine Tasse. Okay. Okay, ähm... Ich drücke jetzt hier einfach mal ein paar Tasten. Das ist ja klar. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Wo die sein soll. Oh. Alles klar. Ah, okay. Ist das was andere? Okay. Okay. Ich schlöss mich. Äh. Hello and welcome to the Forgotten Ones. Before you close this note, there are a few things you should know. Tap Open Inventorier. Das ist klar. The Inventorier will always... Was? Allow you to... Browse? Thru? 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 Ja, kann ich aussprechen. Items you found. Ja, das ist auch klar. To use items you must select the items then click the... Use button? Stimmt, ja. Also wahrscheinlich linke Maustaste. There also a drop button which... You should... Use if... Ist das wieder übers Blatt? The Inventory is full. Das ist nicht so gut. To check other variables, controls, please check the keyboard options. To name subtitles... And what... Not... Then open options other. Ging gleich mal so verkehrt. Was steht da? Thru is person or something. Das ist Nico Bellic. Da kann man sagen, was man will. Das ist jetzt die Frage. Ah. Schlüssel. Was ist das? Was ist das? I found the info you're looking for. The man you see is located in the old swastika port. I can't provide any further information. Travel there on your own responsibility. Great to hear. Now get in the way immediately. I own you. Alles gleich. Deinen schönen Namen. Deinen schönen Namen. Gehen wir mal raus. Nie. Ach ja. Der Abflussrohr war voll. Der Abflussrohr war voll. Der Abflussrohr war voll. Es war über 20 Jahre, als ich zuerst gebracht wurde. Ich wusste nicht, was was passiert ist. Meine Eltern waren gebrochen. I was stalking this mansion. With a man named Shenzhen. McGregor. But I go outta buzz the button. And Shenzhen seemed to be the boss. Cause I knew you to die Belkin. But as always. Eventually you reveal a person's personality. And beats. Das gute 144 Hertzspiel hier, wa? Schon mit 270 FPS? Oh, ich muss fahren? Oh, das ist real, danke, 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 danke. Das schmeckt wie Scheiße hier. Alter, ich sehe gar nichts. Jetzt wäre cool zu wissen... Ach, guck mal. Pause. Oh, gut, ich wollte gerade sagen, das war jetzt nicht so gut. Was? Nein. Okay, options, äh, keyboard. Wäschetechnik. Was ist das mit E? Ah, okay. Ich sehe leider... Warte, Moment, ich sehe gar nichts. Also wirklich, nein, ich meine jetzt ernst, ich sehe nichts. Ah, okay. Ist verschlossen, okay. Was macht der auch? Da ist was... Nax. Ich fülle hier eine Waffe. Äh, ja, okay, tatsächlich, what the fuck, da sitzt einer hinter, I couldn't stop thinking I'm worried about my brother, I left him for death in the tunnel, I couldn't fear, talked him out of it, but he was too obsessed, he couldn't accept it, he couldn't save them, I told him, I was chased, I was terrified, if you're still out there, I want you, I want you to know that I, okay, ich hatte gerade schwarzen Bild schon. I must find a place, I must hide it down there, I, 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 Da draußen liegt der Fackel. Ich bin nicht mehr durch. Ich bin hier. Ich habe es leider gar nicht gesehen, dass so eine Fackel liegt. Wäre schon echt... Echt nice gewesen. Habe ich die Fackel da drin? Tatsächlich, das ist ja cool. Okay. Weißt du, wie er aussieht? Dauer. Der fällt doch immer wieder durch den Boden. Ich finde es krass, dass es MSAA hat als Anti-Laser. Okay. Whatever da passiert ist. Bisschen Hand, oder? Platsch. Okay. Oh Gott. Brems. Brems. Wo muss ich jetzt hin? Ich habe noch nicht einen Schuss abgegeben. Ich habe noch was bekommen. Ich habe noch was bekommen. Ich habe noch was bekommen. Ach, komm jetzt. Frau, komm rein. Es lockt. Ich dachte, ich muss wandern. Oder? Die Körperschüsse. Hotel de Gregor. Reception open. Monday bis Friday. 9 bis 11. Das ist kurz. Handbremse. Beim Rausspringen Handbremse. Ballern. Ich habe es da. Dann den Schlüssel. Okay. Natürlich muss ich wieder in das Gespensterhaus. Okay. Jetzt hier was lag. Wird es hier jetzt gleich blutig. Ich bin mal gespannt, wie man schießt. Ich habe leider... Okay. Hier ist auch ein Speicherpunkt. Magazin. Das ist geil. Oh. Es ist immer noch sehr laut. So. I phoned. Klöppelt. So. I cried day night. Please come back. I keep repeating... It in the dark. No answers. Just the sounds of my own... Grief. Okay. Das heißt, du lebst hier noch irgendwo. Wahrscheinlich in einem kleinen Rhyme-Kinder. Oh. Okay. Ich glaube, das ist ein Programmierfehler. Und verschlossen. Lass mein Auto in Ruhe. Hey, ich wollte gerade sagen, das lief wahrscheinlich an den FPS, dass das jetzt so krank gerade war. Aber ich habe nur 60, also... Und vorsehen. Was bedeutet... Bei manchen Spielen ist ja, wenn man zu viel FPS hat, dass das halt vorgespielt wird und angezeigt wird. Oh. Ich würde da nicht so krank, oder? Das ist jetzt definitiv nicht. Es läuft! Please what? Was? Ähm... Dann... 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 Haben wir uns wirklich nochmal raus? Vielleicht gehe ich sonst hinter das Haus gleich. Das ist immer noch ein Schloss. Schießen will ich halt noch. Absolut nicht. Gehe ich mal hier wieder rein? Glaube ich zwar nicht. Ich guck mal, hängt das Haus. Ich hänge in der Uhr. Dann gehe ich tatsächlich mal hinter das Haus. Aha. Nach der Sachsen. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Budget? Wadge. Wadge. Boah. Was heißt denn? Das Budget ist Schwachsinn. Was heißt denn? Verdammt, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht was. Wann geheißen. Was heißt Badger? Verdammt. Wie komme ich da jetzt rein? Den Schlüssel habe ich. Was gibt's? Hotel Key. Doch, okay. Wo ist das? Kann ich den Schein mal in die Hand nehmen? Wo kann ich da hochkommen? Jetzt, jetzt, jetzt! Oh, verdammt. Ich weiß nicht, ob er irgendwie verloren hat. Jesus. Was? Ah! Okay. Ich wollte gerade sagen, man sieht ja gar nichts, aber okay. Wer ist da? Grobunska! Ist das du? Oh mein Gott! Entschuldigung! Meine Entschuldigung! Was hat dich so weit von der Stadt gebracht? Ich bin auf dem Roadtrip. Mein Auto ging runter. Ich bringe... Ich bin auf dem Roadtrip. Ich bin auf dem Roadtrip. Du bist definitiv der falsche Weg gekommen. Haha. Ja. 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 Ich bin auf dem Weg. Ähä. Oh. Eih, ne? Nehmen wir den. Ich muss auch mal kurz gucken, wie man die Waffen wechselt. Scrollen? Genau, das sollte nicht passieren. So. Hey! Nö. 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 Ja. Der Teddy macht mir mehr Angst. Was machst du alles mit der Hand? Oh. Bisschen gruselig ist es schon, aber... Gehen wir hier mal wieder raus? Gehen wir mal rüber. He's locked. Ich meine, ich kenne so komisches Monster, ich weiß, da kann es irgendwie gar nichts machen. Ach so, der Sound ist einfach da. Okay, alles klar. Ritzen. Ähm. Der noch sehr schön gestaltet so an sich. Okay. The whispers, the scream, the blood. I won't be able to survive. I can't live with myself. That fucking baby couldn't shut up. I had already heard enough shit. There is too many voices. Oh. 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 Ja, komisch. Okay, der ist abgeschlossen. Aha. Bolt Cutter. Okay, alles klar. Nicht gefunden. Ah, okay. Da liegt jemand. Genau. Out of order. Äh. Ich möchte das gerne mal benutzen. Ich glaube mit H. Ich gehe mal mit H aus, aber ich möchte jetzt hier auch nicht alles drücken. You should... Ah, mit Kuh. Stimmt, mit Kuh. Nee, das würde ich nicht. Ich würde gerne eigentlich tatsächlich... mit Kuh eigentlich mit Kuh. Englische Tastetool wäre nur bei Z und Y andersrum, aber... gut, keine Ahnung. Achso. Ich habe ja jetzt hier was... Achso, du könntest einen Cutter. Ja, ja, ich weiß gerade, weil... bei einer Brechstange. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das war, ob es hier oben war oder unten. So schnell, wie das Vieh ist, aber ganz ehrlich. Oh ne, jetzt zerhinden gleich wieder zurück. Das war lustig. Okay, hier sind sie wenigstens eingepfuckt, die Schleiften. So. So. Constanze screaming, keep me awake. I couldn't bear bear it anymore. Ich kann mal das Klärchen. Ich glaube, da kriege ich alles noch. Aha, ich glaube, da kriege ich alles noch. Die erste Begegnung mit irgendeinem Ding. Alles klar. Speichern tun wir gleich, weil die Folge wäre jetzt auch vorbei. Also so... Das reicht auch für die halbe Stunde. Also das hier... Näh. Das Spiel ist... Na, haben wir nicht da. Okay, ich hänge... Ich hab zu schnell gedrückt. Äh. Ja. Alles klar. Also... Ist das Spiel toll? Muss ich hier viel rauspixeln? Oder... Müssen weiß ich nicht. Ich mach's einfach nur, weil... Das scheint so ein Hitler-Spiel...